Ja, Jonas, zwei Spiele, drei Punkte. Spannende Ausgangsklase für die letzte Runde, oder? Kann man so sagen, ne? Aber immerhin ein Sieg. Das ist schon mehr als in manchen anderen Jahren. Ja, wie bist du zufrieden bisher? Da er hier gerade 50 Liter für unsere Weihnachtsfeier gewonnen hat, haben wir schon genug gewonnen. Schon ausgetrunken. Vielleicht kommen wir auch noch weiter. Alles klar, danke. Gerne.